Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hunger Games. Wieder um späte Uhrzeit, deswegen nicht so viele Leute, wir sind alleine schon fünf. Mit dabei ist die Saskia, der Herr Blaze, der Meeve Steve und der Mr. Redstone97. Wo seid ihr jetzt alle? Wir kommen zu dir. Sunny ist nicht tot. Der Stryker will uns hauen, pass auf. Er ruckelt ein bisschen. Weg hier, weg hier. Bei mir auch. So, wer wollte uns hauen? Wer hat das Schwert von ihm? Wer hat das Schwert? Ich? Du hattest doch schon ein Schwert. Du hattest doch schon ein Schwert. Du musst noch eins aufgreifen, mach so. Ja, geht's auch. So, jetzt stehen wir hier rum und jetzt suchen wir die anderen. Los. Jetzt klappen wir denen, die das Kibi. Das Kibi ist doch hier bei uns im Dings. Hallo. Achso, du bist der Herr. Das ist Redstone. Wird man nur in der Minecraft-Account besorgen. Da ist die Legende. Ich komm nicht hinterher. Ich komm nicht hinterher. Ich stand es mal wieder. Ich glaube, das wird eine kurze Runde. Ist egal. Ich brauche Folgen. Ist egal, wie kurz sie sind. Drei Minuten. Drei Minuten. Die längste Zeit, die es gibt. Da lohnt sich das Rennen dann ja schon fast nicht für. Oh, da sind Melonen. Melonen. Ich habe sieben Stück. Was ist los? Das ist ein Ruckelstandbild. Ich habe noch ein Schwert. Brauche ich mal eins? Ja, ich. Und dann habe ich noch eine Brust und noch hier. So. So, ich bin voll eingekleidet. Ich habe Brüste. Wollen wir nochmal auf das Thema Nippeltastatur zu kommen? Nippeltastatur? Oh ja. Ja. Ich bin rot. Entschuldigung. Rot, aber rot. Wo ist die denn, ne? Pilze kann man immer noch nicht abbauen. Da bist du. Ich bin so lange in der Sonne gelegen. Das ist mit Kakaoboden. Kann man die abbauen? Nein. Wer brunnt eh nichts, wenn du kein Weizen findest. Weizen abbauen kannst du. Ja, ja, ja. Nicht sehr gut. So, vor allem hängen viele Kakaoboden. Ich habe mich noch nie gesehen auf dieser Mip. Mip. Ach, Mip. Ich komme nicht da hoch. Wo ist der Blaise eigentlich? Ich bin bei dem Dino. Die Truhe ist schon der. Ja, ich kann die Aufnahme von Blaise stören. Äh. What? Wer will mich stören? Das stört ja auch voll, wenn man da jetzt reinschreibt. Was ist denn los? Wer will was von mir? Einfach mal, wenn man jemanden irritiert will, den Namen sagen. Irgendwas passiert. Rather? Hä, was? Wer will was von mir? Oh, Mipi hat eine Kiste getrunken. Mipi stinkt. Was war denn da drin? Verfeile, um was zu essen. Hier, hast du was zu essen. Gammelfleisch. Jeder, der das sieht und denkt, dass Mipi stinkt, soll das bitte jetzt einen Kommentar schreiben. Oder einen Daumen nach oben geben. Entweder einen Daumen nach oben oder er schreibt, Mipi stinkt. Oh ja, das stimmt. Nicht nur bei mir, ihr könnt auch wahlweise auf seinen Kanal gehen und das unter seinen Videos schreiben. Ich glaube, mal ein bisschen weiter weg von ihm. Hier, 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 hier. Ich habe doch Schuhe an. Warte, wo ist Mipi? Warte, ich muss mal eben Lars in die Luft halten, wo Mipis ist. Ah, die Richtung muss ich sein. Wenn er mich jetzt auch mal findet, dann fange ich an zu lachen. Du bist schon in der Richtung, das weiß ich ja. Aber, was ist das denn da für ein Gebilde? Haben die irgendwas umgebaut an dieser Map? Nö. Wo seid ihr denn ungefähr? Ich bin bei so komischen, orange-schwarzen Dino. Na, viel Spaß, Mipi. Was denn? Ich komme mal zu dem Dino, wo ich gerade war. Mach mal. Ich sage, euer Schatz, das ist ein Quicksprinthe in die Lava. Das war das Problem. Ey, ich bin nicht dabei. Nein, nein. Vielleicht, wo bist du? Ich bin gleich bei dem Dino. Oh. Also, mein Dino ist orange-grün. Ne, ich habe orange-braun. Ach, das ist orange-grün. Wo ist der denn grün? Da oben, das ist grün bei mir. Da oben ist grün, ja. Aber ich habe nur die Füße geguckt, die sind braun. Die Füße? Ja, die sind dreckig. Brauchst du noch irgendwas? Wie du mich anguckst, siehst du, dass ich alles habe. Ein Goldschwert vielleicht? Nö, ich habe ja ein... Ich habe zwei. Theoretisch sind die ein bisschen schneller, aber... Ich brauche ein Holzschwert. Warte, 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 ich stehe hinter dir. Ja, ich will erst mal von der Lava weg. Okay. Obwohl ich auch noch reinfalle durch meine... Hochlau. Und ich habe eine Kiste gefunden. Ach, ja. Life is like an hurricane. Was machst du da? Kiste aufmachen. Warte. War da was drin? Ja. Goldbrust. Wow. Der König. Jetzt habe ich selber ein Schwert. Glück bekommen. Ich habe auch ein Schwert. Ich habe auch ein Schwert. Ja, das ist bei Männern so normal. In welchen Richtungen seid ihr denn? Wir sind in der Schwertschlucht. Okay. Zack, hier. Da, wo die Schwerter hängen. Wow. Warte mal, da hinten geht es rüber. Beim Schilf. Zuckerrohr. Toll, bist du auch nicht schneller als ich? Hör auf zu drängeln. Nein, 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 nein. Hast du eigentlich deinen Jump'n'Run schon gemacht, Blaze? What? Jump'n'Run? Ja. Dass du es immer machst, hier. Ja, das ist die Map, wo du das Jump'n'Run immer machst. Über die Wollblöcke oder Eisblöcke, was das ist... Schneeblöcke, was das ist. Ach, das meinst du? Ja, da kommen wir gleich hin. Das ist gleich die nächste Insel, ja. Okay, dann sind wir nämlich auch da jetzt. Also, wenn das so weitergeht, mein Inventar quillt gleich über. Ja, meinst du auch? Ich glaube, ich habe ein Schalter! Was macht dieser Knopf hier, Blaze? Weißt du, was der macht? Leck ihn mal weg! Ich habe nur Enderperle in der Hand. Oh, hier ist eine Kiste dahinter, gut. Wie kommt man da dran? Oh, ein Holzschwert! Dein Jump'n'Run brauchst du nicht mehr machen. Ich bleibe mich gerade mit einer Enderperle hoch. Wie langweilig ist das denn? Das hätte ich auch gekaut. Ja, ich war im Wasser und hatte schon Bock. Ich kann Blaze nicht killen. Ich auch nicht. Oh, verdammt. Ich habe ganz viel Rüstung, aber ihr wahrscheinlich auch. Solange du keine Reisen hast. Willst du doch noch irgendwo ein Kistelchen sein? Ja, warte, ich komm runter. Ja, du was hast vielleicht. Ich habe noch ein Holzschwert. Ich habe auch zwei. Und ich bin der König. Ich habe fünf Holzschwerte. Du bist der König von Mallorca. Ich bin der König. Ich bin der König. Ich bin der König. Ich bin der König von Mallorca, oder? Ja, von Mallorca. Ich habe noch ein Holzschwert. Brauche ich noch mal eins? Ja, ich habe selber. Ich kann euch da mit Trotz schmeißen, ey. Und vor allem habe ich auch Pfeile. Wenn ich einen Bogen hätte, wäre das richtig nice. Hallo Blaise. Kommt ihr denn mal die Spinnenwebe hingesetzt? Ja und? So. Soll ich uns hier mal... Mach mal. Du heißt Melonen. Melonen. Wer ist denn da? Wo denn dahinten? Das müsste Saskia und so sein, oder? Ja. Da weg. Und weg. Will jemand gebratenes Fleisch? Ja, wir haben also genug. So, dem mal ein paar bisschen hohes Hühnchen. Glaub ich nicht. Blaise, den habe ich doch schon gemacht. Ich will doch bloß da hoch. Oder ist der das nicht? Achso. Weil ich es kann. Was willst du denn da oben? Ach, der ist das auch gar nicht. Miau. Ich spring mal hier auf den Berg. Das kann doch jeder. So, eine Kiste ist noch da oben am Berg. Ach. Ich sag gerade doch, ich spring mal da hoch und guck, ob da eine Kiste ist. Ich sag gerade doch, ich spring mal da hoch und guck, ob da eine Kiste ist. Eine Kiste ist da oben auf dem Berg. Hä? Da ist die andere. Oh, ich habe die Anderpaula einmal rüber geschmissen. Verdammt. Ich habe auch gerade mich mit einer Perle das Jump'n'Run hochgeschmissen und dann aus Versehen noch mal eine Perle hinterher geschmissen. Oh, dieser Ausblick hier. Suchen wir die anderen, oder sind wir schon losgeworden? Sind eigentlich nur wir hier? Keine Ahnung. Alles ist möglich, ne? List. Ne, sind noch ein paar da. Lustige List. Eins, zwei, drei, vier, fünf Stück noch außer uns. Hey. Wir waren ja nicht so viele. Und drei inaktive. Das heißt, sie gucken uns zu. Wow. Renne ich jetzt im Kreis um den Baum herum. Bisschen schlecht wird, dass sie uns zu gucken. Nein. Was los? Bisschen das Wasser gefallen? Ja. Ja. Wow. Was hast du? In der Kiste waren sieben Äpfel drin. Wow. Oh. Und ich komm hier... Bin ich mal raus? Doch hier. Ein Glücksgriff. Dann kannst du jetzt einen American Pie machen. Hm, das war ein Griff ins Klo. Ahhhh. Was gibt's denn da zu lachen? Bitte witzig. Oh ja, das finde ich witzig. Was ist denn hier für ein... Achso. Hm. Ne. Mushroom Soup. Hm. Ich hab auch eine, aber man kann immer noch nicht wieder auffüllen. Hm. Ich bin den Kibi mal schlagig, weil ich vergesse mal, dass der zu uns gehört. Ja. Ja. Das hab ich gerade am Anfang auch gesagt. Hm. Hm. Ne. Aber ein Schalterwurf ist der. Puff. Warte mal, ich geh lieber weg. Ich hab Angst. Oh, wieso leckt das denn so? Also bei mir leckt nix. Ist ein Bug, ist ein Bug, ist ein Bug. Also bei mir eigentlich jetzt auch nicht mehr. Lass mich am Anfang mal kurz. Was denn? Was habt ihr denn? Ich hab's geleckt. Das müssen wir halten die Sicht, ja worum geht's? Ich weiß nicht. Worum geht's? Ja, die, die Casey ist glaube ich schon aus, oder der ist glaube ich schon aus der, aus der Map raus, aber immer noch drinnen, wie ich das letztens auch mal, äh, du auch letztens mal hattest. Du trotzdem auf der Map umlaufen kommst. Ich wollt grad Timeset 1 machen, das geht aber nicht. Ich kann nix mehr mitnehmen, das ist doch bäh. Schmeiß was weg. Ähm. Rosa, könntest du mir mal schnell ne Alchemy Bag, äh, mitbringen? Ja, warte. Rosa oder blau? Rosa natürlich. Ich bin quasi im Spektatenmodus, dass man mich sehen kann. Soll sie leften. Ja, sie, was auch immer. Ich glaub ich hab euch verloren. Wann left please? Also links bitte. Ja. Einmal links bitte. Sch, 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 sch. Wo sind denn die anderen, ey? Hier müssen noch ein paar auf dem Map rumlaufen. Eigentlich auch schon. Also ich bin im Moment bei diesem komischen Dings mit Redstone drin. Mit Map bringt mir auch nichts dazu. Auf dem Dings mit Redstone drin. Das Loch mit Redstone. Das Loch mit Redstone. Ich such die Mitte grad, ich find die noch nicht mehr. Hä? Da sind wir gerade gerade vorbei gelaufen. Die sind in einander, ist in einander. Wir sind da in die Richtung. Also über den Berg rüber. In welchem Berg? Hier rechts. Hier rechts. Was rechts? Steinschwert? Puh! Den Berg hier hoch? Ah, ja. Das find ich jetzt gemein, dass der ein Steinschwert hat. Nein, in die falsche Richtung. Genau in die andere. Eine andere? Jetzt hab ich euch verloren. Also ich bin am Wasserrand unten beim Spawn. Chest restocked. Oh, sch. Oh, Doppelkiste mit zwei Ledercaps. Ja. Du bist Ember. Eppisch. Du hast mich grad abgehängt. Wo bist du? Da. Oh, da ist Kiwi. Hilfe! Was? Wo seid ihr denn? Kiwi war doch bei mir. Da. Wo ist Blaze? Keine Ahnung. Ich hab euch verloren. Blaze, wo bist du denn, wenn du Kiwi gesehen hast? Irgendwo unten am Spawnkreis. Ja, kommen wir auch gleich. Wir sind gleich da. Ich nicht. Ich bin, glaub ich. Nebst du noch Blaze, oder? Ah, hier ist er. Hallo. Hallo. Da ist Kiwi. Ja. Ich auch. Da ist nix drin. Freund oder Feind? Wer, Kiwi? Ja. Der ist von Redstone. Der ist Freund. Lass mich doch auch mal dumm fragen. Ja, deswegen hab ich dumm geantwortet. Passt doch. Ach so. Ja, da haben wir eine Frage drauf und da haben wir Antworten. Goldschwert. Ganz einfach. Goldschwert. Total überbewertet. Immer noch das gute Holzschwert. Oh, wie gerätscht der Roger, Andi denn jetzt? Keine Ahnung. Ach so, ihr seid am Spawn hoch? Ja. So, ich bin dann auch mal am Spawn. Oh, tschüss. Ich hab dir mal eben in die Kiste geschlagen, ne? Äh, in die Blava geschlagen. Ja, schon gesehen. Du bist so fies, ey. Ja, ein bisschen schon, ne? Ja. Oh. Sag mal, was ich habe. Was denn? Sag mal. Gib mir das. Gib mir das. Wartet. Wer brennt denn da oben eigentlich? Ich weiß nicht. Gehen wir hier und töten den? Ja. Ich bin schon da. Ach, der ist weg Totenmode. Den kann man eh nicht anhaben. Oh man. Ups. Entschuldigung. Ich kann machen. Pam, 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 pam. Mal was tut dann. Mal wieder. Dann sind wir doch nur die Letzten jetzt hier, oder? Ja. Äh, Brother Moon, Casey, Kiwi, Blaze, Sunny Cologne. Yes. Okay. Wer darf, wer, wer will gegen wen zuerst antreten? Keine Ahnung. Melonen. Dann mach ich gegen Sunny zuerst. Komm Sunny, bist du voll? Jojo. Und los. Ey. Ich hab keinen Feuer. Ich hab keinen. Ich hab keinen. Du hast mich übrigens einmal getroffen. Boah, also kannst du mal das Goldschwert geben. Klar. Kann man fair Blatt machen. Und Blaze kämpft jetzt zuerst gegen Kiwi. So, ich muss erstmal hochkommen da. Jojo, mal. Keine, keine, keine Eule, ne? Keine Eule. Keine Eule. Ich muss erstmal ein bisschen Zeug in die Lava schmeißen jetzt. Hoffentlich krieg ich jetzt nicht den Laufpack. So. Laufpack, 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 Laufpack. Oh nein. Dreh dich mal rum, Mief. Was ist denn? Ist Sylvia da, oder was? Aha. Das ist jetzt in der Aufnahme. Warum sagst du, oh nein? Ei, 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 ei. Warte mal kurz. Ja, du hättest ja nicht fragen müssen. Warte mal kurz. Ja, stößt du auch noch schuld, Raser. Jetzt hör mal auf, die Eintracht aus, um mich zu schmeißen. Ich schmeiß meine gerade weg, du da oben, ey. Kämpft jetzt mal gegeneinander. Ah, Steinschwert. Ja. Eins, zwei, drei. Wo ist er denn? Sind übrigens beide da. Aber Blaze mit dem Steinschwert. Das ist schon ganz schön fies, ne Blaze? Warum? Wer es findet, darf es behalten. Miefi, geht mir eine Runde Trampolin springen. Ui. Trampolin, 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 Trampolin. Natalie schreibt gerade, ich bin so ein Suchti von euch. Habt letztens erst noch alle Minecraft-WG-Staffeln gesehen. Okay, ich bin bereit. Bist du auch bereit? Ähm, mir fehlen noch vier Herzen. Ich habe aber geschlossen. Ja, ist noch ein Steinschwert, oder? Ja. Willst du trotzdem anfangen? Mit vier Herzen weniger? Nein. Ui. Ui. Könnten wir jetzt? Oh, Melone. Können wir jetzt, oder was? Moment. aint halbisch noch. Melone. Toll. Ok, dann los. Deswegen spiel ich lieber das Reife Games of the HF. Da gibt's automatisch eigentlich schon für jeden Steinschwert. Weißt du, nicht nur sein Steinschwert, nein, er schieß auch mit dem Bogen auf mich. Na, wollen wir einmal im Kreis laufen? Ja. Also das ist jetzt, das ist jetzt, ne? Aua. Ich krieg ja hier schon Schaden vom Runterspringen. Ich hab nur 3,5 jetzt. Ja, sterben kann man nicht. Die kann man nicht abbauen. Ich häng selber drin fest. Irgendwie doch, ich hab bloß noch 4,5 Herzen. Jetzt fühl ich erstmal wieder auf, weil du hast mich ja getroffen. Jetzt muss ich erstmal warten. Längster epic Battlefight hier. Jetzt kommt er von oben. Aber natürlich. Komm her. Ja. Oh, draußen. Ne, du hast gewonnen. Der Blaze was killed, wie ganz巴 ne. Ja! Welt gegen Steinschwert. Ja. Jayáááááwáááááááááá. Tschüüüüüß! Tschüüüüüüüua!! Vielen Dank.